Okay Leute, heute wird's wild, weil heute bringen wir die SWG Shisha Sammlung auf ein nächstes Level. Ohne hat mir ein gutes Angebot gemacht und es ist für mich eine Geschäftsausgabe. Ich sehe es auch ein kleines bisschen als Wertanlage. Keine Anlageberatung von mir, aber das sind Pfeifen, die vermutlich ganz gut ihren Wert halten. Aber heute werden wir ein paar sehr, sehr, sehr wilde Pfeifen kaufen, die ich schon lange kenne, oft gesehen habe, ultra gehypt drauf bin und glaube ich so eine Shisha Sammlung einfach aufs nächste fucking Level bringen. Eine Pfeife davon habe ich schon in Russland auf der Messe gesehen und mich unglaublich verliebt. Eine wurde mir mal vor der Nase in einem Shisha Laden weggekauft und zwei habe ich noch nie live gesehen. Also ihr konntet jetzt schon überlegen, wie viele Pfeifen das sind. Vier und dementsprechend könnt ihr auch die knapp 5K durch den Wert teilen. Und ja, ich würde sagen, ich nehme euch mit rüber zu dem Shop unserer Wahl des Tages. Und zwar sind wir hier bei onelshuka.de. Onel hatte ja vorher einen Kiosk, dann hat er immer mehr Shisha Kram mit reingenommen. Jetzt ist er full on im Shisha Hype angekommen. Aber wir fangen erstmal langsam an. Wir gehen erstmal nochmal auf Köpfe. So ein Stonehooker wäre doch eigentlich noch was ganz Nettes. Da ist nur die Frage, was? Weil es gibt viele, die heißen Fastball, sind aber keine Fastball. Weil das ist auch nicht die Schuld von Onel. Das wird leider von Großhändlern oft falsch deklariert und auch von Stonehooker selbst sehr schlecht kommuniziert. Guckt euch mal diesen Kopf hier an. Und guckt euch mal diesen Kopf hier an. Das hier ist der Stonehooker, den ich auch zu Hause habe. Und das hier ist kein Fastball. Also das hier ist wirklich ein Stonehooker Fastball. Den Kopf, den ich habe und liebe. Wahrscheinlich mein Lieblingskopf sogar. Und das hier ist kein Fastball. Das hier ist ein Stonefit. Das seht ihr hier an dem Rand. Der hat ein deutlich größeres Tabakdepot und ist extra für HMD gemacht. Da passt auch ein HMD sehr gut drauf. Hier passt ein HMD gerade so drauf. Aber, weil ich den Fastball so mag, könnte man den ja nochmal da mit rein sliden. Ich glaube, den hier, den schmeißen wir da auf jeden Fall schon mal mit rein. Zubehör, vielleicht finden wir da noch was. Oder was gab es denn noch bei Köpfen? Ich könnte eigentlich auch einen großen Amphora gebrauchen, weil ich da nur die alten habe, wo das Funnel doch noch so hoch war. Also wenn überhaupt. Ich schmeiße ihn mal mit rein. Aber blau habe ich eigentlich schon. Ich glaube, Bronze nehmen wir wenn. Ja, komm. Wir packen noch den bronzenden Amphora hier mit rein. Äh, Telamon. Ähm, ja, einen Telamon Harmony habe ich eigentlich noch nicht, ne? Und sagen viele Leute, dass der geil ist. Ja, komm. So einen Telamon schmeißen wir da noch mit rein. WTO. Aber WTO ist halt eigentlich auch gut für WTO Tabak, ne? Queen, King. Ich schätze mal King. Oha. Oha. Das, äh. Sieht doch wild aus. Ja gut. Zack. Okay, ich glaube, dann sind wir bei Köpfen durch. Gucken wir mal bei Zubehör rein. Ah, Dichtung. Ganz wichtig. Ey, das machen wir als allererstes. Ohne Scheiß brauche ich immer. Sind immer weg, wenn ich eine brauche. Wie oft kriegt ihr das mit, dass ich hier eine Scheiß-Dichtung suche und wieder keine finde? Immer. 20. Rein. HMD. Kalaut gibt es. Almani. Dieser HuPyro, der ist auch wild. Habe ich auch bis jetzt nur immer gesehen, aber ich habe den noch nie probiert. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den fühle. Dann lieber Kalaut. Oh, da gibt es auch alle. Azuris, Nieris, Auris. Zeppelin finde ich zu teuer. Also nicht zu teuer hierbei ohne, aber allgemein finde ich Zeppelin einfach zu teuer für das, was er bringt. Na, Grani leider ausverkauft. Schade. Oder noch einen blauen. Einen blauen und einen goldenen, dass ich davon auch jeweils zwei habe. Macht Sinn, oder? Mia sagt Gold. Okay, Mia. Zack. Da ist dein goldener. So, dann nehmen wir noch einen Auris. Wir sind jetzt schon bei 361 Euro, ne? Oh, scheiße. Das wird so krank. Das wird so krank, Digga. Das wird so krank. Und es ist einfach noch keine fucking Shisha in diesem Warenkorb. Kohleteller. Was gibt es denn da für Kohleteller? Ah, Wild. Okay, die coolen Alpha-Teller gibt es hier. Okay, nice. Aber habe ich. Brauche ich nicht. Aber ist cool. Kopfbauzubehör. Gibt es dann noch fancy McCloud-Stecher Baby Dragon. Was? Ist das ein fucking Schwert, Digga? Wie wild ist das denn, wenn du deinen Kopf mit so einem kleinen Schwert baust? Geil. Okay, die fühle ich schon mal. Warte mal, wir gucken mal, ob es noch was anderes Geiles gibt. Sticks. Ach, das ist der mit diesem Rückgrat, okay. Hub Gabel Rosé Gold. Ist die nice? Oh, die sieht schon cool aus. Habe ich hier eigentlich was auf der Backe? Guck mal, genau hier gerade. Also, ich brauche doch dieses Schwert. Ich brauche noch dieses Schwert. War Seite 1, ne? Baby Blade. So, Baby Blade. Auch der Name ist schon so geil. Mundstücke. Allgemeine Mundstücke. Gibt es da was Geiles? Ne, aber da würde ich mich zu was Schönem überreden lassen. Sag ich mal. Also, zu was Besonderem. Das zum Einfrieren. Kann ich so ein Mundstück haben, das zum Einfrieren? Du willst so ein Einfrier-Mundstück mir? Die hier, oder was? Und welche Farbe willst du haben? Das zum Einfrieren, ja. Aber willst du Blue Rainbow oder willst du Weiß-Schwarz? Okay. Onels Merch. Onels Energy. Onels Hooker Shirt XXL. Ja, komm, wenn wir schon hier so einen Einkauf raushauen, dann packen wir uns auch noch ein Onel XXL Shirt mit rein. Sleeves. So. Da könnt ihr jetzt hier, äh, dieses Eier da, Vita-Print. Ja, aber das sind ja ganz normale, oder? Oder? Ist da irgendwas Besonderes dran, Stefan? Das sind doch ganz normale X, äh, äh, Alpha Hooker X Sleeves, oder? Blow-Off ist von oben nach unten. Ach, really? Äh, ja, okay. Sag das doch gleich, Digga. Sag das doch gleich. Ah, den Turbinen-Booster. Nicht vergessen. Wo ist der denn? Ach so, wahrscheinlich bei Shisha-Turbine. So, Booster. Zack, sehr gut, sehr guter Einwand. Da kann man ab und zu mal einen neuen gebrauchen. So, ich glaube... Dann kommen wir zu der... Kommen wir zu der schlimmen Kategorie, was Geld ausgeben angeht. Wo wir gerade bei VZ waren. Ah, es gibt nur die Copper Mini. Da habe ich nochmal Glück gehabt, Digga. Aber wäre da jetzt noch die VZ-Costome drin gewesen, wäre ich vielleicht nochmal schwach geworden. So, was gibt es denn noch? Fangen wir mal von unten an diesmal. Oder hat aber nicht die vergoldete, oder? Ne. WD? Ne. VZ? Haben wir geguckt. Vyro? Habe ich. Voodoo? Union? Totem? Tortuga? Simulation? Solomon? Hat der sogar eine Solomon da? Au! Da geht's los, Freunde. Da geht's los. Die Solomon ist aus Forge Carbon. Hat eine Forge Carbon Rauchsäule und eine Forge Carbon Bowl. Aber die wird's nicht. So, was haben wir hier noch? Panda, Orden, Octopus, Ocean, Noob, Nova. Äh, MIG. Was hat er denn da im MIG da? Die G36 Comfort L1. Mixanica Smoke. Das ist eine ganz coole VZ-Alternative eigentlich. No. Ach, MIG. Midas. Mixanica. Madpeer. Madpeer ist schon auch sehr, sehr cool. Aber Madpeer finde ich halt leider zu teuer für das, was sie kann. Also eine Madpeer Mini? Ach, ich weiß nicht. Ah! Das war nicht geplant. Das war einfach nicht geplant. Ne. Erstmal nicht. Chores. Habe ich nur mal bei Ali geraucht. Hatte ich aber sonst, ehrlich gesagt, noch nicht viel mit am Hut. Aber ich glaube, eine Chores muss jetzt noch nicht rein. Karma sind ganz coole Pfeifen. Hier aus Holz. Ja, die ist super, super wild. Die hat sich ein alter Insta-Kollege geholt. Aber irgendwie die Base gefällt mir halt gar nicht. Ist jetzt auch nicht mein Style. Also ich feiere es jetzt nicht übertrieben. Aber ist was Besonderes. Japona. Eine Japona habe ich. Die rauche ich, ehrlich gesagt, fast gar nicht. Eine Hooligan. Ich finde die halt nicht schön, ne? Hub ist zum Glück ausverkauft. Da können wir kein Geld ausgeben. Ah, leider nur die Honey-Sci, die ich schon habe. Dumm gelaufen. Oh, Kuka. Niemals für 250 Euro, muss ich leider sagen. Hartmut habe ich. Oh, die sieht aber wild aus, Digga. Das ist ja ein Riesen-Klopper. Alter. Wäre mir aber hier ein bisschen zu dick. Geometry hat auch ein paar wilde Sachen. Da würde ich aber sagen, bei einer Geometry würde ich mir auf jeden Fall eine holen. In Russland, wenn ich mal wieder da bin. Weil dann haben die so Brothers Pfeifen, Mercedes-Benz, AMG und so Sachen haben die da drauf. Finde ich sehr, sehr wild. First Hooker habe ich eine. Bin ich sehr happy mit. Sehr, sehr coole Pfeife. El Bomber. Was ist das denn, Digga? El Bomber? Habe ich ja noch nie. Wow. Sieht aber wild aus, oder? Finde ich irgendwie cool. Was hat die gekostet? 250, ne? 230. Die Bomber sind wild. Rauchen sie sich wohl auch echt gut. Ich habe tatsächlich noch nie was von gehört. El Bomber ist crazy. Ist die crazy? Not bad, Digga. Aber ich muss sagen, wenn, dann wäre es eigentlich die Weiße für mich. Und die ist leider gerade nicht da. Aber die Weiße finde ich schon sehr, sehr wild. Junge, dann hier noch mit den japanischen Schriftzeichen. Da bin ich ja eh ein Sucker für, ne? Ich finde, die sieht geil aus. Aber wenn, dann hätte ich sie gerne in Weiß. DSH. Gefähr... Okay. Keine schöne DSH. Duscher. Hatten wir ja schon geguckt. Die sind bald erhältlich. Darkseid habe ich. Konzeptik. Habe ich. BS Hooker. Okay. Da ist jetzt auch keine dabei, die mich übertrieben abholt. Odo. Blade. Blade finde ich halt leider in Deutschland viel zu teuer. 450 Euro ist schon sehr, sehr viel Geld für diese Pfeife. Sehr, sehr viel Geld. Ashwood. Ja, auch ganz cool. Aber fühle ich nicht so hart. Alpha. Habe ich. Almani. Ah, die Jungs kommen auch aus Hannover. Hallo, ich hätte gerne eine VUCA. Ja. Aber ich mag die Almani-Jungs. Die sind eigentlich sehr korrekt. Ich mag die voll gerne. Ich war mal bei denen in Hannover. Aladin. So. Jetzt kommt es raus, Leute. Ich kaufe mir heute eine Aladin 470. Fertig. So ein Ding ist das. How dare you. Nein, also die Aladins sind natürlich grandiose Pfeifen. Vor allem für den Preis sind die heavy. Aber die wird es heute auch nicht. So. Aeons gibt es auch einige. Einige Launch-Modelle. Aber da war ja jetzt irgendwie noch nichts dabei, was in meinem Bahnkorb gelandet ist, oder? Vielleicht haben wir ja noch eine Pfeifenmarke übersehen oder so. Du hast auch McCloud geskippt. Guck mal bei McCloud. Drück endlich auf McCloud. Sollen wir bei McCloud... Das wollte ich jetzt ja nicht. Brr. So viele schöne McClouds. So viele schöne... Ach, da war ja immer noch nichts dabei. Also... So. Die würdet. Das ist es. Also, for real. Die werde ich mitholen, weil... Ich will dazu noch ein Video machen, weil ich glaube, das könnte auch eine sehr, sehr coole russische Einsteigerpfeife sein. Aber ich... Komm. Wir gehen noch mal... Wir gehen noch mal eine Seite weiter, oder? Und gucken mal, was uns hier vielleicht noch so über den Weg läuft. Im Angebot? Ne. Die ist sogar im Angebot. Bester Schauspieler. Ja, ja. Ich hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich bester Schauspieler. Ich cringe mich gerade so hart weg. Ja. Ich treibe es auch echt ein bisschen auf die Spitze, Bastien. Ja, gut. Also, wenn die halt im Angebot ist... Gucken wir mal weiter. Hier ist aber auch eine... Eine sehr, sehr schöne Pfeife, Digga. Auch schon eine... Auch schon, äh... Ein Schmuckstück hier, oder? So eine Exclusive Dragon? Nee? Schreibt ihr ernsthaft? Nee? Zu dieser Pfeife? So hässlich? Was? Sieht wild aus. Die geht gar nicht. Hässlich? Nee, fühle ich nicht. I nimmt mich gar nicht mit. Was ist denn mit euch? Sieben von zehn? Also, einfach nur aus Trotz. Einfach aus Trotz. Diese Pfeife hier, die McCloud Odyssey, die habe ich in Russland auf der Messe gesehen. Und seitdem habe ich mich so hart in diese Pfeife verliebt. Also, als Hintergrund, mein Papa war eigentlich immer Motorradfahrer und hat dann das Hobby Motorrad aufgegeben, als mein Bruder und ich auf die Welt gekommen sind, weil er gesagt hat, ist zu gefährlich, kann man nicht mit der Family machen, dies, das. Und dann hat mein Papa ein Sportboot gekauft. Und seitdem sind wir jeden Sommer immer Boot gefahren. Immer. Und das war immer so mein Ding. Also Wasser, Maritim, Nautik und sowas fand ich immer geil. Und deswegen war ich instant in diese Pfeife verliebt. Guckt euch mal diesen Kohleteller an. Einfach fucking geil. Die Bowl an sich wäre sie nichts Besonderes, aber mit diesem Tau und dem Anker hier drum. Digger. Und guck, Digger. Allein diese Box mit diesen Muscheln, mit diesen muschelbesetzten Ecken. Halt deinen Maul. Und wisst ihr was? Heute ist es soweit. Das ist zu krank. Acht, Digger, ich bin achtmal dran vorbei. Ich bin komplett durch, Alter. Und zwar dieses wunderschöne Ding hier. Die MacLeod Titan Rose. Okay, ich merke schon, also diese MacLeod, diese MacLeod Exclusive sind auf jeden Fall für Liebhaber, sage ich mal. Und es gibt halt auch zu all diesen Pfeifen, gibt es einfach keine deutschsprachigen Videos. Gibt es einfach nicht. Noch nicht. Wir sind bei 5200 Euro, Leute. Oh, Junge. Warenkorb bearbeiten. Also, nochmal Recap. Wir haben den Stonehooker Fastball. Wir haben Amphora Design Bronze. Wir haben den Telamon Hellblau. Wir haben den WTO Funnel in diesem goldenen Colorway. Wir haben uns 20 Kopfdichtungen mit eingepackt. Wir haben den goldenen Calout. Wir haben den blauen Calout. Wir haben die Hubgabel in Roségold. Wir haben den MacLeod Stecher in Schwertform. Wir haben den Smoke2U Freeze Tip für Mia. Wir haben das Vita Print 3D Alpha Hooker X Sleeve, sodass die Alpha von oben entlüftet. Lieferzeit 1-3 Werktage. Ich weiß nicht, warum das bei dem so steht. Ausverkauft. Wer im Chat hat mir den weggekauft? Wer hat mir den weggekauft, Alter? Ihr Halunken, Alter. Ihr Halunken. Wir haben kein WTO Funnel bestellt. Kuss geht raus. Wir haben ein Onel T-Shirt in XXXL. So ein Typ bin ich. Wir haben die Shisha-Turbine Next Booster. Und wir haben die Igler auf Anubis. Da will ich ein Video zu machen. Dann haben wir die Skytech. Sehr, sehr krasse Pfeife. Ach, da gibt es bei Onel gar nicht mehr. Die hat auch einen sehr wilden Teller. Du kannst das hier verstellen. Dann hat die den Diffusor da mit drin. Sehr, sehr wilde Pfeife. Ist tatsächlich Preis-Leistungs-Verhältnismäßig wahrscheinlich das Beste, was wir heute kaufen. Dann haben wir die Dragon in Weiß. Sehr kranke Pfeife. Sehr besondere Pfeife. Guckt euch doch mal dieses Meisterwerk an. Geil. Dann haben wir die Odyssey. Die nautische Pfeife von McCloud. Wild. Auch Kohle Teller. Dann noch die Titan Rose von McCloud. Auch einfach ein Meisterwerk. Wunderschönes Ding. Okay. Ich kann euch das nicht zeigen. Aber ich zeige es euch gleich wieder. Ich muss ja meine Daten eingeben. Oben stehen halt jetzt meine Daten. Deswegen kann ich da nicht hin. Das haben wir jetzt final drin. Tipp habe ich noch zwei rein. So. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Habe ich eben abgeschickt. Warte. Ich scroll kurz an der Adresse vorbei. Dann zeige ich es euch wieder. Das war jetzt der finale Warenkorb. Damn, Son. Gesamtsumme ist verdeckt. Achso. Ich bin... Warte. So. Jetzt seht ihr es. Boah. Wir haben es echt getan, ne? Herzlichen Glückwunsch zu den geilen Pfeifen. Dankeschön. Noch... Noch... Denke ich eher über die Ausgabe nach. Aber... Und ihr werdet die Pfeifen ja hier sehen. Da will ich ein Unboxing sehen. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Werden wir auch auf jeden Fall machen. Und ihr werdet die Pfeifen ja hier sehen.